Holt das Konfetti raus! Nadel feiert Geburtstag und dass man mit 56 Jahren immer noch ganz schön sexy sein kann, das beweist die gebürtige Hamburgerin allemal. Aber werfen wir doch erstmal einen Blick zurück. Während ihrer Beziehung mit Poptitan Dieter Bohlen zeigt das damalige Showgirl gerne, was sie hat. In engen Kleidern und mit aufregenden Looks macht sie auf sich aufmerksam. In den kommenden Jahren dürfen wir einige ganz schön schrille und bunte Outfits an der quirligen Sängerin bewundern. Mittlerweile ist sie Markenbotschafterin für eine Konditorei in Schleswig-Holstein und geht alles etwas lässiger an. Immer mit dabei ihr strahlendes Grinsen. Umso mehr freuen wir uns über diese neuen Aufnahmen der schönen Hamburgerin. Die beweisen, Nadel hat sich eigentlich kaum verändert und kann immer noch ganz schön sexy sein. Mit tief ausgeschnittenem Tanktop, einer coolen Lederjacke und super knappen Minirock begeistert sie alle. Ihre Hammerbeine werden dadurch sichtlich in Szene gesetzt und lassen den ein oder anderen vor Neid erblassen. Zu ihrem Ehrentag darf natürlich auch eine aufwändige Torte nicht fehlen, dazu dutzende Blumen und ein Kuscheltier und fertig ist Nuddles perfekter Geburtstag. Dass sie mit diesen Aufnahmen aber auch ihren Fans ein echtes Geschenk macht, steht außer Frage. Ode recyxellig. Es ist völlig über schematic. ảo